Sofja! Hallo! Willkommen zum neuen Vlog von Maria. Hallo Toni Carla! Wir sind gerade bei einem Wettkampf in Düsseldorf bei den Kinder-Kultur-Tagen. Wir haben zwar jetzt erst das Intro gemacht, aber wir haben schon die Hälfte der Tänze durch. Wir haben jetzt Pause. Das ist unser Raum. Wir haben einen ganzen Platz. Du kannst mal so schön wie ihr könnt. Hälfte ich oder schön? Ja, das ist doch schön oder nicht? Ist das nicht schön? Ja, das ist schön. Sofja! Sofja! Ciao! Bis zum nächsten Mal. 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 Unser größer Fanclub. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.